Als vegetarisch bezeichnet man eine Lebensweise, die auf Fleisch und Fisch verzichtet. Vegetarisch ist also eine Lebensweise, die darauf verzichtet, irgendetwas zu essen, was zwei Augen hat. Vegetarische Lebensweise hat eine mehrfache Motivation. Zum einen ist es Mitgefühl gegenüber Tieren. Man will kein Tier töten, das denken oder fühlen kann, das Schmerz empfinden kann. Man will keinem Tier, das Leben eines Tieres nicht, ein Ende setzen, nur um seine Zunge zu befriedigen. Zweiter Grund, vegetarisch zu leben, ist die Ökologie. Heutzutage ist es ja allgemein bekannt, dass man, um einen Menschen von tierischen Produkten zu ernähren, man etwa die sechs- bis zwanzigfache Anbaufläche braucht, wie wenn man ihn vegetarisch ernährt. In diesem Sinne, vor dem Hintergrund der drohenden Klimakatastrophe, der Überdüngung der Felder durch Gülle, die Verschmutzung des Grundwassers eben durch die Gülle, im Zeitalter, wo immer mehr Menschen auf der Erde sind und die Erde nicht genügend Nahrung hat, um über Tiere die Menschheit zu ernähren, ist das geradezu unabdingbar, dass der Mensch zum Vegetarier wird. Ein dritter Grund, vegetarisch zu ernähren, ist die Gesundheit. Die vegetarische Vollwertkost ist erheblich gesünder als eine Kost, die viel Fleisch enthält. Vegetarisch zu leben ist heute sehr einfach. Vegetarisch zu leben heißt natürlich nicht nur Verzicht auf Fleisch und Fisch, sonst heißt eben eine genussreiche, gesunde Ernährung bestehend aus Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse, Salate und so weiter. Ich verstehe unter Vegetarisch eigentlich eine aus Pflanzenkost bestehende Ernährung. Das wird auch als vegan bezeichnet. Manche sagen, es gibt einen Unterschied zwischen vegan und vegetarisch. Wer vegetarisch lebt, der kann auch noch Milchprodukte, eventuell sogar Eier essen. Aber das sind eigentlich dann Ovo-Vegetarier oder Laktor-Vegetarier. Der reine Vegetarier lebt, wie der Name sagt, Vegetable hat was mit Pflanze zu tun, lebt alleine von pflanzlicher Ernährung. In diesem Sinne ist vegetarisch und vegan identisch. Aber heutzutage wird unter vegetarisch meistens verstanden, Milchprodukte können dabei sein und vegan heißt keine tierischen Produkte überhaupt. Mehr über vegetarische Lebensweise findest du auf yoga-vidya.de-vegetarisch-leben.